Wer bin ich und wenn ja, wie viele von Richard David Precht Das elfte Kapitel, was zugleich der Beginn des zweiten Teils ist. Was soll ich tun? Paris. Rousseau's Irrtum. Brauchen wir andere Menschen? Unter anderem in diesem Kapitel Jean-Jacques Rousseau. Ich wünsche euch viel Spaß. In einem Sender, für den ich manchmal tätig bin, arbeitet eine Pförtnerin, eine verhörmte ältere Dame, die berühmt ist für ihre pampige Unfreundlichkeit. Sicher ist sie im Grunde ihres Herzens ein sehr einsamer Mensch. Statt kontaktfreudig und hilfsbereit zu sein, verärgert sie die meisten Menschen in ihrem Umfeld durch ihre kratzbürstige Art. Doch wenn sie meinen kleinen Sohn Oskar sieht, wirkt sie mit einem Mal wie verwandelt. Ihre Augen glänzen, sie strahlt über das ganze Gesicht und überzieht Oskar mit Liebkosungen. Es scheint ihr nicht einmal etwas auszumachen, dass ihre Begeisterung von meinem Sohn in keiner Weise erwidert wird. Wenn wir aus der Tür gehen, bleibt sie selig zurück. Ich weiß nichts über das Privatleben dieser Frau, aber sicher hat sie nicht viele gute Freunde und Freundinnen. Wahrscheinlich ist sie trotz ihres Berufs sehr einsam. Keine angenehme Situation, möchte man meinen, sondern ein ziemlich bedrückender Zustand. Der einzige, der mir einfällt, der dem widersprechen würde, ist der Philosoph Jean-Jacques Rousseau. Er war ein seltsamer Querkopf. Rousseau wurde 1712 in Genf geboren und ging bei einem Graveur in die Lehre. Schon nach kurzer Zeit riss er aus und ging auf Wanderschaft. Er wollte unbedingt Musiker werden, aber er konnte noch nicht einmal ein Instrument spielen. Alles, was aus seinen Träumen wurde, war ein seltsames neues Notensystem, das niemanden interessierte. Ziellos wanderte er umher. Meist lebte er von Frauen, die sein Leben finanzierten. Denn so verrückt er auch war, mit seinen dunklen Locken und seinen großen braunen Augen sah er ziemlich gut aus. Doch Rousseau blieb nie lange an einem Ort. In Paris lernte er die führenden Köpfe der Aufklärung kennen, doch besonders beliebt machte er sich auch bei ihnen nicht. An einem Oktobertag des Jahres 1749, Rousseau war 37, endete sich sein Leben indes so sehr, dass er den Tag später zu einem wahren Erleuchtungserlebnis verklärte. Die Illumination geschah auf einer Landstraße. Der unstete Musikkritiker wanderte von Paris zum Schloss von Vincennes, südöstlich von Paris. Das Schloss war in diesen Jahren ein Staatsgefängnis mit einigen sehr berühmten Gefangenen, wie dem Grafen Mirabeau, dem Marquis de Sade und dem Aufklärer Diderot. Letzteren wollte Rousseau besuchen, da er für ihn kurze Artikel in dessen berühmtem Universallexikon der Enzyklopädie schrieb. Irgendwo auf dem Weg nach Vincennes kam er an ein Exemplar des Mercure de France, der einflussreichsten Pariser Zeitung. Darin fand er eine Preisfrage, gestellt von der Académie Dion. Die Frage hieß, hat die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste dazu beigetragen, die Sitten zu reinigen? Seine Reaktion auf diese Frage beschreibt Rousseau später in seiner pathetischen und sendungsbewussten Sprache in einem Brief. Bescheidenheit und Zurückhaltung waren nicht seine starke Seite. Da fiel mir die Frage der Académie zu Dion in die Augen, die den Anlass zu meiner ersten Schrift gab. Wenn jemals etwas einer plötzlichen Inspiration glich, so war es die Bewegung, die dadurch in mir entstand. Mit einem Schlage fühlte ich meinen Geist durch tausend Lichter geblendet. Zahllose, lebensvolle Ideen strömten auf mich ein mit einer Kraft und Fülle, die mich in unaussprechliche Verwirrung brachte. Mein Kopf ist berauscht, als sei ich betrunken. Heftiges Herzklopfen droht mich zu ersticken. Ich kann nicht mehr atmen und werfe mich unter einen der Bäume an der Landstraße. Eine halbe Stunde bringe ich dort in einer solchen Aufregung zu, dass ich beim Aufstehen meine Weste von Tränen benetzt finde. O mein Herr, hätte ich damals den vierten Teil dessen niederschreiben können, was ich unter jenem Baum empfand, mit welcher Klarheit hätte ich dann die Widersprüche der gesellschaftlichen Ordnung darlegen können, mit welcher Gradlinigkeit hätte ich bewiesen, dass der Mensch von Natur aus gut ist und dass die Menschen allein durch unsere Einrichtungen böse werden. Das Wenige, was ich von der Fülle der großen Wahrheiten festhalten konnte, die mich in jener Viertelstunde unter dem Baume erleuchteten, findet sich in abgeschwächter Form zerstreut in meinen Hauptschriften. Auf diese Art bin ich ohne daran zu denken fast wieder meinen Willen zum Schriftsteller geworden. Rousseaus unreligiöse Erleuchtung wurde sehr berühmt, aber noch berühmter wurde seine überraschende Antwort auf die Preisfrage, die sicher ganz anders ausfiel, als die Preisrichter vermutet hatten. Seine Antwort entsprach vollkommen seinem streitsüchtigen Temperament. Er verneinte die Frage und meinte, dass die Kultur und die Gesellschaft den Menschen nicht besser, sondern schlechter machten. Die Menschen sind böse. Eine traurige und fortdauernde Erfahrung erübrigt den Beweis. Jedoch der Mensch ist von Natur aus gut, ich glaube, es nachgewiesen zu haben. Man bewundere die menschliche Gesellschaft so viel man will. Es wird deshalb nicht weniger wahr sein, dass sie den Menschen notwendigerweise dazu bringt, sich in dem Maße zu hassen, in dem ihre Interessen sich kreuzen. Rousseaus Schrift über den schlechten Einfluss der Zivilisation auf den Menschen sorgte für Furore. Er gewann den ersten Preis. Über Nacht wurde er zum Star. Was hatte ihn berühmt gemacht? Seiner Meinung nach waren die Menschen von Natur aus eigentlich brav, friedlich und gut. Doch wohin man auch schaute, überall gab es gleichwohl Lug und Trug, Mord und Totschlag. Also stellte sich die Frage, woher kommt das Böse? Rousseau beantwortete sie sehr plakativ. Er hielt den Menschen von Natur aus für ungesellig. Wie die anderen Tiere, so will auch der naturgemäß lebende Mensch keinen Streit. Konflikten geht er am liebsten aus dem Weg und das einzige starke Gefühl neben seinem Selbsttrieb ist das Mitleid mit den anderen. Doch leider können die Menschen gar nicht brav und friedlich alleine leben. Die äußeren Umstände, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, zwingen sie dazu, sich mit anderen Menschen zusammenzutun. Das Zusammenleben aber setzt die Menschen miteinander in Konkurrenz. Sie werden misstrauisch und missgünstig. Im direkten Vergleich der einzelnen Menschen schlägt jedermanns Selbstliebe in übertriebene Eigenliebe um. Und die natürlichen Instinkte, wie die angeborene Liebe zum Guten, versagen. Das Buch war ein Skandal. Die meisten Aufklärer teilten Rousseaus Kritik an der damaligen Feudalgesellschaft in Westeuropa. In der Mitte des 18. Jahrhunderts lebte der Adel in Saus und Braus und die Bauern barbten auf den Feldern. Aber kaum jemand mochte sich mit dem Gedanken anfreunden, dass Gesellschaft und Kultur der Grund dafür sein sollten, dass die Menschen schlecht waren. Die Schriftsteller der Aufklärung liebten die Künste und die Geselligkeit und sie priesen und förderten den Fortschritt in den Wissenschaften. Gerade die Wissenschaft sollte das Bürgertum von der Vorherrschaft des Adels befreien. Statt von der fast überall bestehenden Feudalgesellschaft träumten viele Aufklärer von einer diskussionsfreudigen Wissensgesellschaft. Rousseau verteidigte sich wütend und heftig. Er war ein sehr begabter Schriftsteller und mehrere seiner Bücher erlangten höchste Popularität. Er war der am meisten diskutierte Philosoph des gebildeten Europa seiner Zeit. Mit Kritik konnte er allerdings überhaupt nicht umgehen. Er wurde immer schwieriger, reiste kreuz und quer durch Westeuropa, doch wo immer er auftauchte, provozierte er in kurzer Zeit Streit. Auch als Vater war er ein kompletter Ausfall. Seine zahlreichen Kinder landeten im Findelheim, wo sie vermutlich starben. In seinen letzten Lebensjahren wurde Rousseau so asozial, als versuchte er, seine Theorie durch sein eigenes Leben zu beweisen. Er verschanzte sich sehr einsam auf Schloss Hermenovie bei Paris und beschäftigte sich nur noch mit dem Sammeln und Bestimmen von Pflanzen. Was von dem, was er Zeit seines Lebens behauptet hatte, war richtig. War der Mensch von Natur aus gut? Und braucht man im Grunde gar keine anderen Menschen, um glücklich zu sein? Die Frage, ob Menschen in Gesellschaft glücklicher sind oder allein, ist eigentlich gar keine philosophische Frage. Es ist eine Frage der Psychologie. Und sie war lange sehr schlecht erforscht. Erst Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde eine Disziplin etabliert, die sich Einsamkeitsforschung nannte. Ihr Begründer war Robert Weiss, Professor an der Universität von Massachusetts in Boston. Er meinte, dass Einsamkeit eines der größten Probleme in der Gesellschaft ist, gerade in den großen Städten. Waren die Menschen dort glücklich, weil sie nichts mit anderen Menschen zu tun haben mussten? Weiss war sich sicher, dass das nicht stimmte und dass Rousseau völlig irrte. Einsame Menschen leiden darunter, dass keiner oder nur sehr wenige Menschen sich für sie interessieren. Am meisten leiden sie darunter, dass niemand mit ihnen mitfühlt. Diese Tatsache war auch schon vorher bekannt. Und irgendwie kann sich das auch jeder denken. Aber Weiss stellte noch etwas anderes fest, das viel spannender ist. Denn frustrierender als der Mangel an Mitgefühl, das andere einem geben, ist der Mangel an Mitgefühl, das man selbst geben kann. Nicht geliebt zu werden ist schlimm. Niemanden zu haben, den man lieben kann, ist noch schlimmer. Weiss erklärte damit, warum vielen vereinsamten alten Menschen ein Hund oder eine Katze, die kein vollwertiges Gegenüber sind, trotzdem so wichtig sind und an die Stelle des Liebespartners treten. Und genau an diesem Punkt fällt mir natürlich wieder unsere Pförtnerin vom Anfang ein. Sie war glücklich mit meinem Sohn, obwohl dieser ihr gar keine Aufmerksamkeit, geschweige denn Liebe schenkte. Es schien ihr zu reichen, dass sie es mit ihm tun konnte, ihn anzustrahlen, ihn zu berühren und ihn mit Komplimenten zu umschmeicheln. Jemanden zu lieben oder einem anderen Menschen starke Aufmerksamkeit zu schenken, ist eine sehr schöne Möglichkeit, sich selbst indirekt etwas Gutes zu tun. Rosaux's Theorie, wonach Menschen eigentlich nur in der Einsamkeit richtig glücklich sein können, ist damit gründlich widerlegt. Menschen sind von Natur aus gesellig, wie übrigens ausnahmslos alle anderen Primaten auch. Unter den mehr als 200 Affenarten findet sich nicht eine einzige Art, die streng einzelgängerisch lebt. Natürlich sind manche Menschen geselliger als andere, aber wer völlig ungesellig ist, hat ganz offensichtlich eine Verhaltensstörung. Frust und Enttäuschung mögen ihn verbittert haben. Er benimmt sich dadurch nicht mehr wie ein normaler Mensch. Normale Menschen gehen auf andere Menschen ein, weil sie ein Interesse an ihnen haben, mal mehr und mal weniger. Sie tun es, weil dieses Interesse an anderen Menschen ihnen selbst gut tut. Denn das Leben eines Menschen, der nur in seiner eigenen kleinen Welt gefangen ist, führt unweigerlich zu psychischen Verkümmerungen. Viele einsame Menschen haben so etwas wie Platzangst im eigenen Dasein. Sie richten sich ihre kleine Welt sehr eng ein, werden ungeschmeidig und unflexibel und können mit Einflüssen von außen nur noch sehr schlecht umgehen. Weil ihnen die Vergleichsmöglichkeit mit den Empfindungen anderer fehlt, schätzen sie vieles an anderen, aber auch an sich selbst falsch ein. Die Bereitschaft, sich mit anderen Menschen auszutauschen und die Sorge um andere ist ein Ausweg aus der eigenen Beschränktheit. Etwas für andere zu tun, ist wichtig für die eigene Psyche. Wer zum Beispiel ein schönes Geschenk ausgesucht hat und sieht, wie sich der Beschenkte freut, beschenkt sich damit zugleich selbst. Diese Freude am Geben und auch die Freude daran, Gutes zu tun, sind sehr alt. Sie reichen bis an die Wurzeln der Menschheit. Doch woher kommt diese Lust am Sozialen, die Hilfsbereitschaft und die Freude daran, Gutes zu tun? Und bedeutet dies gleichzeitig, dass der Mensch gut ist, wie Rousseau gemeint hatte? Hatte er zumindest damit recht? Kapitel 12 Das Schwert des Drachentöters Warum helfen wir anderen? Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich immer über Kommentare, wie euch das Kapitel gefallen hat. Und wenn ihr keins mehr verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.